Ein totes Pferd reiht, es steigt ab. Statt nun aber von diesem toten Pferd Energiewende abzusteigen, versuchen die grünen Kommunisten es mit einer gewaltigen... Entschuldigung. Herr Hilse, ich bitte, dass Sie sich erstens entschuldigen und zweitens auch diese Begriffe weder Nazi noch Kommunisten benutzen wir hier im Hause. Da würde ich Sie auch drum betten. Also Kommunisten ist jetzt verboten? Das können Sie gerne zum Protokoll nehmen, weil wir gesagt haben, wir benutzen solche Begriffe hier im Hause nicht. Man muss sich nicht daran halten, aber ich will trotzdem darauf hinweisen. Ich bitte drum. Ich habe die Redezeit angehalten, Herr Hilse. Sie können jetzt weiter vorfahren. Alles klar. Ich entschuldige mich für uns bei Herrn Gremmels. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie unter Restalkohol stehen.